Mehr eine Lebensanzeige! Äh, ja, sollte ich mal programmieren. Ich hab statt klassischen Herzen einen Richterhammer gezeichnet. Außerdem noch diese mysteriöse Jura-Kugel. Ihr startet mit 5 Leben und immer wenn ihr getroffen werdet, verliert ihr nen Hammer. Jetzt muss man sich natürlich auch irgendwie wieder heilen können. Ihr könnt Paragrafen einsammeln und die füllen eure Kugel mit Sand. Paragrafen bekommt ihr, indem ihr Gegner besiegt und könnt dann anschließend den Sand benutzen, um euch zu heilen. Jetzt brauchen wir endlich nicht...